Wisst ihr noch damals, als bei den Galaxy Note 7 die Akkus explodiert sind und Samsung alle Smartphones vom Markt nehmen musste? Genau fast das gleiche ist wieder passiert und dieses Mal ist das Problem wahrscheinlich noch größer, weil fast alle Samsung Smartphones, ja auch dein Samsung davon betroffen ist. Der YouTuber MrHusterBoss hat in seinem neuen Video gezeigt, dass 4 von seinen Samsung Smartphones angefangen haben sich zu dehnen. Er hat sich die Smartphones genauer angeguckt und das waren alle nur Samsung Smartphones. Das ist wirklich merkwürdig, denn er hat hunderte von Smartphones und keine von denen außer Samsung Smartphones hatten das Problem. Daraufhin hat der Samsung und auch viele seiner Tech-Freunde gefragt, was das Problem nun ist. Samsung hat bis heute noch nicht zurückgeantwortet, aber die Tech-Freunde haben gesagt, dass sie genau das gleiche Problem haben. Er hat das dann weiter untersucht und es kam am Ende heraus, dass wenn man ein Samsung Smartphone für eine lange Zeit nicht nutzt, wir reden hier von Jahren, der Akku sich dann anfängt auszudehnen. Wenn dein Samsung Smartphone so aussieht, dann hast du zwei Probleme. Erstens dein Akku und Backcover sind kaputt und zweitens das Handy, also der Akku kann explodieren. Daher ist das Problem sehr ernst und gefährlich und falls ihr noch irgendwo in der Ecke ein Samsung Smartphone habt, dann checkt das unbedingt ab. Falls bei euch auch ein Smartphone aufgedehnt ist, das kann auch von einer anderen Marke sein, das muss nicht nur Samsung sein, dann entsorgt den Akku fachgerecht. Wenn ihr da auch keine Ahnung habt, dann geht zu einem Fachmann und lasst das von ihm entsorgen. Die ganze News hört sich extrem dramatisch an, es ist auch dramatisch, aber alle die gerade ein Samsung Smartphone nutzen, ihr müsst gar keine Angst haben, denn solange ihr euer Smartphone regelmäßig nutzt, wird euch auch nichts passieren. In der Tech-Welt ist jetzt was ganz schönes los und alle warten auf eine Antwort seitens Samsung. Ich hoffe Samsung nimmt das Problem ernst und zieht Konsequenzen daraus, denn das geht gar nicht, wenn man so viele Kunden in Gefahr bringt. So, das waren die Eilnachrichten für diese Woche, lasst mir gerne ein Abo da für weitere solche News.